wir sind zurück leute bei einer neuen ausgabe von let's junk mittlerweile glaube ich die sechste langsam sind wir schon richtig gut drin johnny ist natürlich auch wieder dabei und wir haben heute ein special guest und zwar ist es der ben das ist ein guter kumpel von uns und es geht auf einmal los das ist viel zu laut richtig über heute es ist viel zu laut ich bin viel zu laut seh dich im rückspiegel ist ja praktisch obwohl ich gar keinen rückspiegel habe das ist der option ich sehe irgendwas im rückspiegel aber hinter mir kann keiner sein weil ich der letzte bin ich überhole dich gleich so ich muss den soundreiser machen leute es tut mir leid jetzt bin ich ein bisschen hinten aber sonst hätte man gar nichts verstanden jetzt kann ich meine führung wenigstens ausbauen ich bin direkt hinter mir victory the age of racing heißt das game gibt es auf steam sah ganz lustig aus war gar nicht mal so groß deswegen haben wir uns gedacht wir spielen das was macht er denn es lenkt sich wie so ein einkaufswagen man sollte glaube ich nicht so sehr ins nichts fahren jetzt treten meine reifen mega durch ich weiß auch irgendwie ist irgendwas kaputt bei mir glaube ich oder war kaputt jetzt geht es wieder ziehst du mich denn auf einmal so ab keine ahnung meinst du Ben? ja Ben hast du deine punkte da verteilt am anfang? äh ich hab einmal irgendwo hingeklickt aber ich weiß nicht ob der da irgendwas gemacht hat ich hab gar nichts geklickt weil ich dachte wir chillen erst noch kurz aber da ging es plötzlich los ja aber wir haben uns diesmal gedacht wir fangen schon mal so halbwegs im spiel an dass wir nicht dann eine halbe stunde im menü hängen du gibst denn hier ein lachs dann war anscheinend die zeit austipen lassen johnny ist hier die box gefahren oder was? was? nö ich bin absolut mit absolutem abstand hier erster ja also was für absoluter abstand das ist voll knapp was? wo siehst du das denn? ich seh dich doch da vorne ich seh dich da vorne willst du mich verarschen? ich seh keinen rückspiegel ach doch ach doch hab ich einen roten punk gesehen ja komm ist aber schon ein bisschen abstand der Ben war genau so weit vor mir und den hab ich gerade eingeholt Ben ja oh fuck ah jetzt sag ich jetzt sag ich müsste gebaut ey ich sollte nicht immer auf den fläten fahren ich glaube nicht oh ne komm warum sind da so viele banden nein oh fuck der überholt mich auch noch ah man ey das ist doch den dreht okay oh god was mach ich denn plötzlich hier so links sehen wir die map da seh mal ich bin schon ein ganzes stück gerade vorne wo siehst du links ne map? äh links ist das ne kleine minimap links ist überhaupt ne kleine minimap vielleicht ist mir bei dir wieder rechts alter schon wieder voll durchdrehend hier halt die presse ne rechts auch keine map ich seh keine maps seh nur die zeiten irgendwie okay ist schon ne runde 2 offenbar guck an was muss ich so das ach da oben ne ok ja oben links oh das ist voll der krampf mit den äh pfeiltasten zu fahren ja aber ich fahr mit so richtig ekelhaft für mich ist das ok aber ich fahr mit so richtig ekelhaft für mich ist das ok dann kann ich ja auch mit der rechten hand jetzt fahren mach ich auch ja ich fahr die ganze zeit mit der linken hand und hab die rechte hand an der maus so denk mir jetzt mittlerweile nach der hälfte so hm war ich mal so clever ok ist jetzt zum ziel oh ich bin ein ganz schönes stück wieder vorne glaub ich ne ich seh dich ja der rückspiegel scheint ganz schön scheiße zu sein der rückspiegel scheint nicht so eine heftige range zu haben wie äh soll jetzt muss ich die rückspiegel wenn wir gar keinen rückspiegel haben in der mitte ist voll weird ja das ist mehr so eine kamera die vor dir ist aber aber die wanden sind viel zu hart das spiel hat irgendwie nur 500 mb und dafür finde ich sieht das eigentlich passabel aus ja ich hab mich auch echt gewundert dass es so schnell ging mit dem Wunderland fuck 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 runter vom schnee alter alter nicht wieder rauf andere Seite rauf und hier kommt Johnny na doch nicht schade der ecklich hast du doch in der Handbremse alter ich weiß es nicht ja bestimmt aber wer weiß was seid ihr auch in der Schnee gefahren ich bin ja noch weiter vor da als gerade eben kannst du mal ein bisschen langsamer fahren Dustin ne warum nicht ach wir haben auch übrigens was Johnny hat die schwarze Fahne gesehen weil er abgekürzt hat steht da unten Apfeltripper was was denn für eine schwarze Fahne woher wird er abgekürzt seid richtige Schwasten sagt das Spiel wie kann man denn hier abkürzen ist so eine reine Strafe ja mir ist dann vorhin aber auch Reilhem hat die gefahren ja das kann sein aber da kriegen wir glaube ich Strafsekunden die Sache ist wenn wir es alle machen dann ist mir egal ich hab halt gar keine Ahnung vom Muttersport ja denkst du ich fuck oh was mach ich oh nice ist das gleich Ziel fahren wir nur 3 Runden ja 3 Runden 3 Runden sind es ja oh god so 1 Aua Victory ja komm hier da steht unten Alter GZ steht da BR GZ BR was warum fahre ich jetzt noch weiter warum fahre ich jetzt noch weiter egal ich hole dich nur einen fand ich doch nicht gerade so werden wir jetzt auch ins Ziel kommen oder habt ihr es jetzt einfach random ok ok nice als wären wir so lange weiter gefahren bis Ben es gepackt hätte oh boy ich bin ja auch noch weiter gefahren schnellste Runde 31 wo siehst du irgendwelche Stats ja die kommen da links rein geflogen irgendwie links ja was haben denn bei euch alle drin geflogen Minimaps Stats ach hier wenn ich mir da war schnellste Runde ja komm die paar Sekunden Gesamtzeit Gesamtzeit war Bende viel sie kommen hinter mir ah Johnny du bist mega laut brüllst da voll rein so next race müsste jetzt losgehen Point hinzufügen das haben wir gewusst das ist nämlich das erste was ich auch gemacht habe jetzt machen wir hier irgendwelche Stats oder was ehm Leistung erhöhen was ist das hier kaufen weiß ich nicht mach ja keine Ahnung oh ich hab aber ich hab 7000 so ne Punkte da oben ja ich jetzt auch hä? ne warte mal was ja mach doch mal die Leistung erhöhen los go 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 das hier jetzt Hält für ein Rennen? ne dann nicht ach so was? wie geht der mal drüber Harbert was ist denn das hier? Performance Points volle Kacke kann nix mehr anklicken ne ich auch nicht ok ey haben wir wenigstens ne andere Strecke jetzt? geht das los? ach so was? äh siegne nichts oder? so mit quiefenden Seifen verbessere deine Leistung hab ich jetzt schon irgendwas oh das ist ne andere Strecke haha ey überholt mich doch nicht was ist denn das? vor allem immer mit Schnee ey vor allem ich hab meinen Namen innen in meinem Auto links ja da hab ich auch na ich hab mich auch grad gesehen oh god schwarze Fahne Jonny ja ich bin auf dem auf der jetzt sind die los in meinen Reifen die kommen gar nicht mehr klar ich bin auf dem Rand gefahren da kriegst du ne schwarze Fahne kriegst ne schwarze Stinkefinger zurück die ist doch einfach nur rückwärts die Map von eben what! ja ich mach'n hier einfach ne Wolle eh was ist das hier? oh fuck wollt ich nen Mega-Drift raushauen wie macht man denn an strap hast du's gesehen? schwarze Fahne wipsi ganze knapp nicht getroffen genau ach so ach sobald man irgendwie auf'm Rand fährt dann drehen die Reifen erstmal 10 Sekundenlang durch das ist dart aber das passiert doch manchmal so Obwohl wir sind ja nur drei, da kann man sich ja gar nicht davon verabschieden. Wir müssen gleich mal andere Autos nehmen. Das gibt nämlich aus der Racing History, Formel 1 mäßig, kann man hier aus verschiedenen Zeitaltern Autos wählen. Brauch mittel Alter, komm. Aktuell haben wir hier so was, was ein bisschen älter schon ist und dann gibt's noch ganz alte Karren. Also ich weiß nicht was los ist, aber ich fahr wie ein Stück Scheiße. Was machst du denn? Nein, ja ich wollte, keine Ahnung, was? Warst du das hier schon wieder? Ich wollte voll in dich reinfahren, aber dann bist du einfach gegen das Nichts gefahren da. Es ist dieselbe Strecke nur rückwärts, ja da haben sie sich ein bisschen... Ich sehe nur einen ganz kleinen Punkt. Nein. Doch, oder? Wir sind doch grad eben nicht so runtergefahren. Ach, die ist doch viel kleiner die Strecke. Guck doch mal, die beste Rundenzeit ist jetzt hier 50 Sekunden oder so. Die war vorher bei 1,30. Sind einfach besser geworden. Ja klar. Außerdem haben wir ja jetzt getunt. Ja stimmt. Ahja stimmt. Das ist schon richtig schnell. So unten rechts steht irgendwas von Fahrbeistand ermöglicht das Außenstand setzen. Hä? Also ich kann nur mit... Fahrbeistand ermöglichen und Außenstand setzen. Außenstand ist aber klein geschrieben. Äh... Meinen die Außerstand? Ahja Außerstand, stimmt. Weiß ich nicht, ich kann nur mit einem Auge da unten... Ecken geschnitten. Apfeltrip. Hat verkackt steht da. Ja, ich guck nicht. Sollen mich alle nicht nerven. Schwarze Fahne, was heißt das? Oh, guck mal! Die kommt ja näher. Was ist da denn los? Ich hab die gleich eingeholt oder was? Victory schon! Ach was? Oh nein! Jetzt gerade wo ihr ein bisschen näher kommt? Boah, richtig. Gibt's doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den Charps hier gibt. Fuuuck. War ich ein paar Sekunden langsamer. Oh, ich hab aber auch ordentlich Punkte bekommen da oben rechts jetzt hier. 85, ne 110. Oh, guck mal! Meine schnellste Runde war fast genauso schnell wie deine. Fuuuck. Ich glaub ich hab gerade mehr Cheers Credits bekommen, als ich ausgegeben habe. So, pass auf. Wie kommen wir dann hier raus? Ja, lass mal irgendwie quitten hier. Das ist ja... Ich bin Session verlassen unten links. Ah, ja. Und? Der Server wurde geschlossen. Perfekt. Kann ich mal was machen. Hoffen wir denn mit anderen mal ne Runde fahren? Ja, los komm, lass mal irgendwelche Noobs stumpen. Dann gehen wir hier auf Formula. Wir fahren mal schnelle Autos. Ja, nun komm. Da sind aber überall keine Leute drin. Ja, stimmt. Das Spiel spielt keiner. Bei Legend gibt's einen. Driving School Legend. Fahr'n wir mit. Fahr'n wir mit. Echt jetzt ja? Ja. Nö, warum nicht? So war wenigstens einer mehr. Ja. Andere Rennen? Was? Was? Du darfst da grad irgendwas von Unfall... Irgendwas machen. Du darfst einen Unfall machen. Sack Unfall, das passt. So, hier irgendwie Punkte, irgendwas machen? Nö, doch nicht. Okay, gut, dann... Der Paul Angelatz hier ist auch am Start. Der sich bestimmt so gut ausspricht. So, hier, ich kauf irgendwas. Keine Ahnung. Was ist das hier? Bremsen hab' ich mir gekauft. Wunderbar. Der hat mir grad ordentlich gekauft jetzt. So. Was geht's denn los? In 20 Sekunden? Ja. Cool. Oben rechts. Die Rundenzeit beträgt minus 13 Sekunden. Ja, ja, Leistung. Was ist denn alles hier? Los, Paul, den machen wir fertig, oder? Den kann... Da braucht zwar keine... Warum zum Teufel sollte ich denn Reifenwechsel irgendwie kaufen? Ja, wenn du dir denn Reifen wechseln willst. Ne, aber wir fahren vier... Ne, wir fahren drei Runden. Als ob ich da in die Box fahre. Und die Reifen wechseln lasse. Ja, gute Spieler machen das. Ach, goodness. Kacke, ey. Was ist denn hier los? Das sind andere Autos. Da muss ich mal gucken. Ja. Hau mal den Framzaken weg. Da hat er vielleicht ausgestelltes Rammen. Das musste ich am Anfang einstellen. Rammen? Was hast du denn aus? Oh, die sind... Ne, wir hatten es nicht auch schon. Ja, ich kann durch ihn durchfahren. Das ist mega... Träge die Lernkopf hier auf einmal. Ach, du Scheiße, ja. Oh, hier gibt's wieder schön schwarze Fahne. Ist mir lust. Oh Gott, was war ich? Was ist das denn? Das länkt sich wirklich wie so ein Einkaufswagen. Ey, das ist ja ekelhaft. Also, schein... Ey, lass mal irgendwie versuchen, so ein Go-Kart-Spiel oder sowas. Was? Was ist denn hier los? Ey! Ey! Das ist die Box. Wo? Was fahr ich denn nicht richtig? Oh, jetzt bin ich schon wieder Vierter. Ich bin total scheiße. Es ist eine mega kleine Runde hier. Ja. Ein paar Meter. Und die sind alle voll mega hinter mir. Ja, ich bin richtig am Abscheißen immer wieder. Oh Gott, ey. Was mach ich denn hier? Diese Kurve ist so hart, wa? Fährst du da auch immer eins aus? Nö. Wieso bist du da noch hinter mir? Einer ist beigetreten im Server. Ey! Was? Wer ist beigetreten? Nö. Jetzt ist der Franzacke vor mir. Ach du, scheiße. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich bin auch vor ihm. Und feig denn hier immer rüber? Okay, jetzt geht's los hier. Ich seh euch nicht mal mehr, das ist kein YouTube-Zeichen. Der fährt hier immer alleine, die Kurve. Ach, ist hier... Ah, okay. Es serviert automatisch die Gefindlichkeit, wenn du zu schnell in so eine Kurve fährst. Ja, aber das will ich doch nicht. Ich wollte da reintübeln. Jetzt bin ich deswegen gegen die Watt gefahren. Nö, das kann doch nicht sein, dass das Spiel einen reinfuscht. Das ist doch mega dumm. Das ist in jedem Auto-Rennspiel so, dass du's einstellen musst. Hab ich noch nie gesehen. Nö, wirklich. Ja, du spielst ja auch nie Rennspiele. Außer Trackmania vielleicht, ja. Nö, das spiel ich auch nie. Das lenkt er schon wieder von alleine. Ich hab auch andere Rennspiele gespielt. Und letztliche Teile der Need for Speed-Reihe. Ja, Need for Speed ist... Da muss ich mich hier gegen Ben geschlagen gehen, ja? Ja, das glaub ich nicht, dann. Glaube ich schon. Geh, geh! 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 Wir müssen ja auch mal sehen, wie's aussieht, wenn man Zweiter wird, ja? Genau. Dann müssen wir auch vergleichen können, wie die Punkte so sind. So, was gibt's denn hier noch so? Wir sehen, Johnny kommt jetzt ins Ziel. Weltrekord ist 36 und ich bin ne 46 gefahren. Gar nicht so schlecht. Ganz schön traurig. Oh! Ben, da bist du aber ne richtige Bestcycle gefahren. Guck dir's mal an. Oh, dann. Ja, richtig. Ja, hätte mich auch enttäuscht, wenn's nicht so gewesen wäre, weil ich mir alles auf Max gekauft habe. Na gut, ich nicht. Ich hab nicht getweetet. Guck dir den Server verlassen. Dann komm, wir gehen auch nochmal raus. Ja, machen wir zu. Jetzt dann nochmal die schnellen Autos fahren zumindest. Oh Gott, wie komm ich hier raus? Spielmodus Handicap Race, was auch immer das ist. Ich mach jetzt ein Handicap Race auf. Was ist das denn hier? Boosters? Ein Rennmodus, in dem wer ein Renn gewinnt verdient Performance. Ach, was ist denn das für eine Übersetzung? Google Übersetzer oder was? Wenn einer gewinnt, dann hat er ein Handicap im nächsten Rennen. Ja, machen wir so. Und zwar hier Höchstleistung. Aktuell. Reilums Rennen. Kollision an. Kollision an. Verzögert? Ne, gibt's nicht. An. Sofort. Bam. Au, auf die Fresse. Wie heißt das Rennen? Äh, noch nicht. Warte, hier. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen mal zwei Runden. Welchen Modus überhaupt? Und es ist wie in Trackmania, dass es verschiedene Strecken gibt hier. Blaue, grüne und so weiter. Was ist das? Restriktionen. Da weiß ich leider, äh, weiß ich da nicht, was da was ist. Deswegen lassen wir das mal. Ich hab mal auf zwei Runden gestellt. Reilums Rennen. Eins bis vier Passwort. Wo denn? Ja, jetzt ist es da. Hört ihr mich nicht mehr, oder was? Aber ich seh's nicht. Was ist das für eins? Äh, Formel. Formula. Nö, da ist nix mit Reilum. Müsste da, aber... Refrash. Achso, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, es ist Formula. Hat er. Aber du musst aktualisieren. Wir lassen die komischen K-Attribute einfach weg. Komm. Scheiß drauf. Was für ne? Hier, die Punkte verteilen. Ist doch voll dämlich. Also kaufen wir alle nichts. Nee, einfach zu die Scheiße. Ich mein, wir haben zwar 7000, aber ich weiß da jetzt auch nicht, was toll ist und so. Ist doch scheiße. Mann, ich will jede Runde meine Dinge auf ASDW ändern. Dann... Darf ich das denn in ein paar Sekunden um? Und was gibt's denn hier noch so? Wir haben ja noch 30 Sekunden Zeit. Wir haben ja noch 30 Sekunden Zeit. Hier ist ja meine Fahrerliste. Guck mal, alle Level 1. Widgets. Achso. Mein Fahrerprofil... 26 Kilometer schon gefahren in 9 Runden. Huch. Jetzt hab ich's zugemacht. Scheiße. Ich wollte eigentlich auf den daneben drücken. So. Wollten wir eh nicht mehr gucken. So, jetzt geht das los. Oh, snap. Was? Wo ist denn mein... Ah, das geht auf jeden Fall schon viel schneller los. Oh, ja. Oh, ja. Viel zu schnell. Ach der Scheiße. Oh. Oh Gott. Schwarze Fahne. Alter. Kollision. Fickt mich in den Arsch. In Form von Ben. Der fährt ja gegen die Wand. Die Map gefällt mir besser ohne Schnee. Mann, ey. Ich fahr hier. Ist der dämlich. Fährt in mich rein. Fährt gegen die Wand. Ab in den Sand. Ich... Ich... Ich schaff's nicht gerade mich zu fällen. Ah, ja. Jetzt geht's. Äh. Müssen wir hier auf Sand fahren? Ach du Kacke. Oh, ja. Müssen wir. Ach du Scheiße. Und die Farbe der Räder ändert sich instant auch in Sand. Nice. Ach du Kacke. Aua. Was ist das für eine Strecke hier durch die Stadt? Das ist wirklich random. Einfach irgendwo in den Wildnissen gesetzt. Ich hätte jetzt gedacht, das hier ist wirklich Serious. Weil das so neue Formel 1 Autos sind. Aber man fährt hier einfach durch die Burg. Voll die Tarnreifen. Nehm einfach. Oh man sieht immer gar nicht, was als nächstes so kommt. Komm, was flach ist. Oh. Oh. Jump. So. Okay. Erste Runde ist so. Letzte Runde. Ich hab zwei Runden eingestellt nur. Ah, okay. Das ist meine Karre eigentlich oder fährt noch jemand hinter mir? Ich bin hinter dir, aber du hast schon einen guten Abstand noch. Okay, stimmt. Ich seh's. Also ich seh dich so immer am Horizont. Und Ben guckt sich die Stadt an da hinten oder was? Ja, ich mach hier ne kleine Spritze. Ja, Ben hat Surrendert. Guck dir die Sehenswürdigkeiten angucken. Ja. Gut, dass der, der nicht aufnimmt. Hä? Der, der nicht aufnimmt, guckt dich die Sehenswürdigkeiten an. Haha. Oh. Oh Gott. Ach nee. Hoppala. Oh, da ist so ein VW-Bus da. Den würd ich auch gern fahren. Ja, wenn Spiele sind nice. Oh Mann. Scheiße, ey. Das Gute daran ist, dass die Spiele ja meistens dann nicht scheiße sind, wenn's Rennspiele sind. Weil man kann ja wahrscheinlich auf jeden Fall gegeneinander fahren. Und das ist ja schon mal besser als irgendwie, man kann durch die Wildnisrenne und Scheiße aussehen. Boah, jetzt seh ich euch beide. Was ist denn da los? Hä? Ne, ich bin so hart vor dir. Du konntest mich nicht sehen. Ich bin hier irgendwann irgendwann abgehoben. Okay, das wird ziemlich easy. Wollte eigentlich gerade mit dem Weg dann und sich crashen, aber dann werde ich das qualifiziert. Oh, das ist doch nicht schön. Ich bin schön, wie meine Rückspiegel gar nicht funktionieren. Die zeigen einfach nur, wie die im wirklichen Spiegel an der Seite ist. Die gehen nicht. Ich hab's nicht mehr ins Spiel geschafft. Unfallfrei Bonus. 50. Was? Zeig mal her hier. Schnellste Runde. Scheiße. Oh, beste Runde von Ben, 1,30. Scheine aber... Habe ich überhaupt eine Runde geschafft? Ja. Die erste hast du geschafft. Kollision. Man hätte die Witches anscheinend auch ausstellen können. Witches, nein. Witches. Die Hexen, die machst du immer aus. Die sind ganz scheiße beim Autoren. Handicap. Jetzt hab ich ja nächste Runde Handicap, weil ich gewonnen hab. Glaub ich, wenn ich das richtig verstanden hab. Das war jetzt nämlich meine Taktik. Ich hab gedacht, zweiter Platz, ich lass den Reile mal vor, damit ich dann nächste Runde ihn abziehen kann. Mach den Scheiß dir mal zu. Du hast derzeit ein Handicap. Warum muss man denn hier immer irgendwie 30 Minuten warten? Sind doch alle da. Sind zwar 30 Sekunden, aber... Nein. Nein, nein, nein. Nicht Zuschauermodus. Ich hab ein Handicap. Ich würd aber gerne sehen, was ich für ein Handicap habe. Du bist jetzt blind. Wahrscheinlich hab ich hier irgendwie einen abgezogen bekommen oder so. Ein Auge raus oder so. Bei Attributen oder so. Das ist, glaub ich, nicht so hart. Von wegen... Weiß ich nicht. Was könnte härter sein? Nur noch drei Reifen oder so. Ja. Ich muss jetzt rückwärts fahren oder so. Dreirad wird auch geil. Komm hier, volle Pulle von Anfang an. Ben! Was? Alter! Was ist denn mit ihm los? Komm hier, volle Pulle von Anfang an. Ben! Was? Alter! Was ist denn mit ihm los? Was war das? Ben fährt nicht am Anfang. Wie hat der denn so einen Start hingelegt? Ich bin hier richtig hinten reingefahren. Ja, weil Dustin mich gerammt hat, bin ich... Ja, Dustin hat mich auch gerammt. Erzähl doch nicht, der kann ja nicht alle gerammt haben. Ah! Doch, ich bin gegen Ben gefahren. Und danach gegen dich. Toll. Hast du ganz fein gemacht. Jetzt bin ich letzter. Ne, ne, ja. Lass mich nicht schüften. Jetzt lässt er mich wieder nicht von alleine lenken. Sondern fährt die Kurve lieber selber. Ist das Handicap. Sicher ist sicher. Ey Ben, verpiss dich mal kurz. Okay. Ne, danke. Oh, was denn hier links? Was wegen? Tanke, tanke. Ah, nice. Kann man auch tanken. Das Boxenstopp ist hier. Was? Oh! Ich hab dich weggebasht. Nein! Was machst du denn? Ich hab dich glaub ich richtig massakriert, oder? Nein. Shit! Was war das denn? Achso. Nächste Runde die Box macht er keinen Sinn. Alter, wir machen hier voll das epische Battle gegeneinander. Naja. Dasti freut sich. Wo gibt's denn die Nito? Ja, eigentlich würde ich gerne mit da. Gibt's da unten. Wer lernt das denn? Die Kurve ist ja wieder alleine gefahren. Wie lernt das das Nito? Rückwärts ist Niko. Hallo? Das rückwärts? Ja ja, wie rückwärts hast du. Was man? Das macht viel mehr Spaß. Ich will Gas geben und er lässt ihn nicht. Fuck, aber jetzt zeig ich mich richtig selber. Oh Gott. Das war nicht so clever, glaub ich. Warum kann ich dich denn nicht einfach runter bashen und mich nach vorne katapultieren? Keine Gegner hier. Du musst nicht schalten, du musst nicht bremsen eigentlich. Die eine Kurve fährt das Spiel eh für dich. Ja, komplett. Was ein bisschen seltsam ist bei dem Spiel, das hängt zwischen Simulation und irgendwie Racing. Weißt du? Also das ist... Weiß ich nicht. Entweder es ist nicht casual genug oder es ist nicht professionell genug, weißt du? Du willst selber schalten, der vielleicht noch fährt? Ich glaube, das kannst du einstellen. Also du kannst dann selber schalten. Aber das alles müssen, weißt du? Es ist irgendwie... ...nicht schwer genug, dass man serious spielt und nicht lustig genug, dass man da ordentlich abspasten kann. So komm, eine Runde fahren wir noch. Jetzt hab ich einen doppelten Ding ins... Boah, ich verkack ja immer. Was ist denn da los? Nein. Jetzt hast du doppeltes Handicap, oder was? Ja, man muss dazu sagen, dass der Reilem auch sehr viel Erfahrung mit, äh... Komm schon. ...Bagmania gemacht hat schon. Nee, nee, nee. Deswegen ist er schon ein Rennprofi. Genau, genau. Deswegen kann ich eigentlich alle Spiele spielen. So fasziniert das. Ja, genau. Verwende ein Gamepad, haben wir nicht. Was ist da true, meine Freunde? Ich hatte eins, aber das fliegt sich für das Spiel jetzt nicht an. Das ist so aufhändig. Das fliegt schon 8000 Punkte. Das dauert erstmal wieder. So Autoprofil wollte ich nochmal... Ach, das ist nicht der Scheiß. Ist ja beides das Gleiche. Oh, Weltrekord ist 56. Äh, große Runden hier, oder was? So. Ach so, du kannst... Ja, das wollen wir anhaben. Äh... Verrekter Sache. Ich hab jetzt irgendwas ausgestellt. Ich wollte eigentlich den Scheiß, dass er mich weglenkt. Hey Ben, willst du mich eigentlich verarschen? Kannst du einfach losfahren am Anfang? Hä? Ich hab meine Tasche die ganze Zeit auf der... Ich hab immer den langsamen Start. Ja, und ich war Ben immer hinten rein. Ja, und ich weiß gar nicht, wie ihr so schnell sein könnt. Ich drück auch einfach durch. Vielleicht hast du nicht ein langsames Auto genommen. Aber er macht es schon wieder, dass er mich hier abbremst. Ja. Nicht gefunden. Und... Jhonny zieht einfach vorbei... Weil er es kann. Näääääääääaaw! Oh, fuck! Ey! Erhört sich zusammen, Mann! Du bist mir mega reingefahren. Ich? Du warst hinter mir. Jetzt dreht mein... Hat so viel Schnee dran, dass er nicht mehr loskam, oder was? Jetzt muss ich hier richtig tryharden. Okay, jetzt muss man von hinten jedes Feld aufräumen. Shit! Ecke geschnitten, Ecke geschnitten, wir schneiden die Ecke nicht. Jawohl. Was macht der denn? Ach, das haben wir doch schon mal gehabt hier, die Strecke, oder? Keine Ahnung, ich glaube nicht. So ähnlich zumindest. Weiß nicht, die erste? Ich fährt schon wieder von alleine. Das ist ja auch Wurst. Doch, das war genau die Strecke. Oh, fuck! No! Hallo! Ja, tut mich gut! Hey! Als ob! Ist das eine Scheiße! Jetzt kommt er wieder nicht los, guck mal! Dann steht er hier rum, schütt sich einer! Ja, jetzt machst du mal die Sightseeing-Tour, oder? Ja, aber ich hab zwar nie gleich... Bin ich nicht gerade gegen andere Banden. Was?! Ich seh dich nicht mehr im Rückspiegel! Ja, ich bin gerade in andere Banden. Achso, die Kurve macht der hier wieder für dich? Praktisch, praktisch? Ja. Jetzt geht's los. Oh, lass mich mal gewinnen! Wie der runterbremst, ey, auf 3 kmh, dass er die Kurve ballern kann, anstatt der da reinslidet. Ja, wirklich diften ist ja nicht möglich, so. Ja, okay, mach von nem Rennen ab. Natürlich! Was ist das denn?! Der bremst voll ab! Der ist voll behindert! Der ist mein Geh-Geh-Geh-Lauftempo. Ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen nervig. Der bremsen. Tja, hab ich wohl auch mal verloren. Ja. Ja. Es ist ja egal, aber ich hab gewonnen! Nein, warte, ich hab dich, ich hab dich und ich hab gewonnen. Victory! Victor! Victor! Oh, guck ob ich noch was Ziel komme. Ja, komm ich noch. Hier, perfekt. Guck, ich drück einfach nur geradeaus und nach rechts und krieg die Kurve. Perfekt. So, Mädels. Ich würd sagen, es reicht aber auch. Ja, jetzt, jetzt kann man Schluss machen. Sagen wir, der letzte, der gewonnen hat, ist der Beste und dann nächstes Game. Meinetwegen. So, was sagt ihr denn zu dem Spiel? Wenn, fangen wir mal einfach mal an. Ich find's eher nicht so geil. Komm mal, ist auch nicht scheiße. Das ist halt einfach so ein Spiel. Keine Ahnung. Man kann's halt spielen, wenn ihr da voll drauf steht und zu schlechten Seiten für eine richtige Simulation. Dann könnt ihr euch das reinziehen. Also ich würd sagen, da es kostenlos ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis optimal. Ja, das mag sein, ja. Auf jeden Fall, let's junk-fähig. Okay. Ja. Das wäre wahr, aber es ist ein Schluss. Dann bedanke wir uns wieder auch, dass ihr diesmal eingeschaltet habt. Und, äh, sagt auf jeden Fall mal Bescheid, wie ihr das findet, wenn wir Gäste dabei haben. Das ist ja bis jetzt das erste Mal gewesen. Und wir würden's wieder machen, wenn's euch gefällt. Also natürlich noch mit besseren Gästen, der hier war ein bisschen... Ja. Bis dahin, haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.